Ich gewinne Rosh Hashanah, und der Heilige Baal Shem Tov hat geharrt an Aliyah zu Neshamel. Sein Neshamel sah ruhig ab, bis zum Mashiach zu kennen allein. Und er hat gefragt beim Mashiach, dem es kurz einmal, wenn willst du kommen, komm schön Mashiach, hat der Mashiach gesagt, Ich will kommen an Keshe Yodfuzo, meiner Seher Chutzov, als deine Quellen werden sich übergießen in den Ganzen. Nur mit unserem guten Freund, Mashiach, werdet ihr Puzo meiner Sache auch gut sein. Werdet ihr Puzo meiner Sache auch gut sein. Ich habe nichts zu tun, denn die Bälle haben bereits gewonnen. Das ist der Zeit der Divine Fahne. Das ist der Zeit der Divine Fahne. Das ist der Zeit der Vahne. Das ist der Zeit der Vahne. Das ist der Zeit der Vahne. Das ist der Zeit der Vahne.